Herzlich Willkommen zu Dota 2 Ja, und, äh, ne, Ansage wieder des Todes Ja Wie heißt der Modus? Wie heißt der Modus nochmal? Raphneid Alle sprechen durcheinander, das ist der, wir sprechen alle durcheinander Raphneid Raphneid Oder auch Frostivus Frostivus? Ja Äh, ist ein neuer Modus? Dann nennen wir nur die Pro Äh, da jetzt, ich denk mal Weihnachtszeit Und so, das ist ja auch mit Killingchlor, die haben ja jetzt wieder diese Kekse und so drin Und, da der Modus neu ist Hab ich mir gedacht, nehm ich das mal auf Der Carsten hat sich dann auch mal wieder hier sehen lassen, der hat ja jetzt Examen Ja Wir wünschen ihm viel Glück, wenn wir das gewinnen, dann schafft er das auch Wieso kann ich kein Kurier kaufen? Achso, ich muss erst mal aufs Spielen drücken Du brauchst doch kein König Beschützen Sie Ihren König! Okay Okay Ist halt alles hier, ähm, ja, Schneelandschaft Wer ist denn mein König? Jaaaa Der Frechknight Der Typ hier Ähm, der Skeleton King Ja Und hier Und ich bin gespannt, was wir machen müssen Hier, hier, hier Spawn Creeps Oh, okay Also bitte, bis die aufhalten Äh, wo Dann gehe ich nach unten raus Ja, und natürlich hat mir der Schleswig Ja, und ich hab, ähm, Schleswig, äh, hier, hier, Wage den, den Warranger geklaut Die erste Wave Ich Wo sammeln die? Ach, die kommen gar nicht gleichzeitig Wir sammeln uns gar nicht Ach, das sind Ratten Jeder nimmt eine Lane Ähm, und ich muss ja ganz begeistert feststellen, es ist eine andere Karte Ja, das ist sehr schön Wo sind die... Wo spawnen die nochmal überall? An diesen blauen, äh, roten Werden die, ähm, zur Welle, zur Welle immer stärker, oder? Boah, scheiße Ich hätte nicht die Dwaranger nehmen sollen, glaube ich Ja Hast du Probleme? Soll ich dir zu Hilfe kommen? Komm mir grad nicht klar Ja, ich komm jetzt hin Ja, das wär voll nett, Alter Ich hätte doch ein Dings nehmen sollen Aber ich glaube, Juggernaut ist dafür auch ideal Ja, also diese Fernkämpfer sind grad nicht so toll, Freunde Ich hätte Abaddon nehmen sollen Tut mir leid Abaddon... darfst du sie nicht nehmen, weil's den nicht gibt Weil der zu krass ist, oder was? Nein, weil er hier einfach nichts zu suchen hat, das ist ein Supporter Es gibt doch Omni-Light, das ist auch ein Supporter Und, äh, hier, Finchranger und so Ja Ja, aber da bevorzüge ich immer noch weiter in die Bezeichnung Wind-Warner Ja Äh, hat die ne neue Attacke? Ja, ja, das Blit-Shot Hier seh ich grad Und es gibt hier gar nichts, dass man automatisch hochgehalten wird, ne? Ähm, doch, mein alter Tocai Dazu muss man sagen, Tocai, äh, ist noch... na, wie sagt man? Anfänger, so wie... Ein Fänger? Ja, genau, genau Das verletzt mich Ja, das ist nicht okay Ja Ihr wart auch mal alle Noobs, müsst ihr immer dran denken Das stimmt Yes Oh ja, das ist echt mit, mit, mit Tim Die mir hier was zum Heilen kaufen, ey Ich find die Hood auch voll geil, die Hood Die Hood? Die Hood Ja Müssen wir, äh, ist, was ist eigentlich die, ähm, das hier, müssen wir jetzt nur überleben, oder? Ja, genau, es gibt 13 Wellen Und am Ende kämpfen wir gegen ihn persönlich Und, äh, wenn wir das schaffen, haben wir den Spielmodus gewonnen Und wir kriegen Geld dafür, wenn die Tower noch stehen, deswegen sollten wir die am besten beschützen Ja, ich versuch's gerade Ja, ich versuch's gerade Aber das mit dem Heilen ist doch ein bisschen doof, dass das hier nicht gemacht wird, wenn man da hinten ist Was passiert denn, wenn die Seelen voll sind? Ja, ach, das ist ein Konto Dann ist die Runde fertig, richtig Wie viele Runden gibt es denn? 13 hast du gesagt, ne? Ja Und wir müssen die Golddinger einsammeln Äh, Leute, ihr könnt auch zu mir kommen, ich hab'n Heiltotem Ich geh' Unsichtbarkeit Oha, der Felix ist natürlich der Beste, der spielt das auch öfters, hab' ich, ne? Spielts auch öfters mal Nein, das ist nur, weil das Axe ist Ja, Axe mit seinem... Der dreht sich halt die ganze Zeit, die sind irre Axe ist auch ein bisschen wie Juggernaut hier Ja Die Worts sind unnötig Ja, aber die Wörter gezielt, welche Sätze Letzte Leute, die nicht alle durcheinander reden Left... Left 5 Death Ja, das ist... Hat'n paar lustige Anspielungen Ja Ja, ein bisschen... ja Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, welches Spiel das war Ja Richtig! Where's an Evil? Wenn die Abonnenten so schlau sind Boah, hast du mal grad meine Abonnenten beleidigt? Ich wollt grad den Spielnamen sagen Nein, das ist von Zombies So, warum er so angepisst bist Was ist los bei dir? Hier, du redest grad über meine Abonnenten Da kann... da kann ich gar nicht drauf, ey Kann ich gar nicht drauf, klar Da kann ich gar nicht drauf, ey Ähm, die explodieren hier, die... Die grünen? Die grünen, ja Das ist ja gut für meinen Fernkampf, ne? Eben, deswegen Schieß mal weiter drauf Puff 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 Kasten Jetzt hat er hier Säure verstreut, ey Ja, voll der Fiese, ey Voll die Säure, ey Ich kann da gar nicht rein Leute, oben 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 rechts Ja Oh, ja Alter, ich kann da nicht hin, Alter Die Säure Oh, ne Hastruhne gibt's ja auch Alter, ist das einer aus Skyrim? Was? Wie der ist aus Skyrim? Der sieht aus wie aus Skyrim Wer hat eigentlich Juggernaut? Du? Welch? Ja siehste, da hast du auch Glück, dass du nicht Drawer hintergenommen hast Ich wollte dich nur beschützen Aber ich mag Troll trotzdem noch lieber wegen Ihrem Tech Speed Ich mag die auch Sehr gut Was macht er denn da? What the hell? Stop, du Panner! Ach, der beschwurt noch mehr von den Viechern Das ist ja cool Na ja, so cool ist das jetzt nicht, finde ich Döte ihn! Ja doch Oh Oh Jetzt sind die kleinen Flotten, die ihr geglaubt habt Oh, holy shit Oh, holy shit Hilf mir So geil Oh, hier ist ein Trotz der Kling Oh Gott, Zombies, Zombies! Krassen! Zombies! Zombies! Eigentlich sterben Ich sterbe übelst, ne? Oh, das ist einfach ein Zombie, yeah, yeah Ähm, wir können uns wieder überlegen, wenn wir auf die Grabstelle drücken My bow is dropped Okay Ey, Leute! Mitte! Ich bin grad dabei zu schießen, tut mir leid Drück mal hier auf den Grabstein drauf Wo ist er? Ich bin dabei Oh, der Tower fällt, der Tower fällt Leute, Mitte! Man muss Danke schön Man muss aber voll schnell sein für diese Goldsäcke, die verschwinden ja ziemlich bald Äh Oh, sind das viele I have a problem Nein Nein, nein Oh Gott Ey, ey, Dagger, Dagger, Dagger Ja, ja Ist ja schon okay Carsten, komm Mir geht's total gut Ähm Mal sehen, was kaufe ich mir Oh, ich mach grad das, was Carsten geschrieben hat, was ich nicht machen soll Ich hab da immer das Shopfenster offen Ja, kann man ja auch mal machen, ne? Ja, kann man ja auch mal machen, ne? Komm, hier, die zwei Bogen setzen los Tak, tak Deswegen sollte man zwar nicht machen, aber ich mach's einfach, ne? Ja, hallo Ich hab damit keine Schmerzen mit Kann man, kann man irgendwie deren Spawner kaputt machen, geht das irgendwie? Ne, das geht nicht, die Spawner einfach Oh Ist das in bestimmte Themen aufgeteilt? Ich glaube ja Mal schauen, was als nächstes kommt Oh, da war jemand ganz geil Boah Felix, das ist richtig gekrassend Boah Felix, ich... Alter Gleich gibt's Rage Sind das die Sachen, die wir kriegen? Ne, ne, jeder kriegt gleich viel Gold Glaub ich zumindest Ey, Felix, wenn das jetzt noch weiter so gegangen wäre mit deinem Kids da, da hätte ich nen Anfall gekriegt Wieso? Wir spielen zusammen, ne? Ja, ich weiß auch Zählen eigentlich Kills oder Last Hits? Last Hits zählen als Kills, aber die Kills sind eigentlich im Fall unerheblich Ja, ist doch egal, wir spielen zusammen, wir sind in nem Team, also... Genau, das Wichtige ist, dass wir diesen... Oh, was ist das denn? Ja, das hat mich nur interessiert Oh, die sind ja süß Nein, was ist denn das? Ja, ihr? Ohhhh Da kommen gleich noch die ersten Dicken Die sind nicht mehr süß Siehst du den da hinten, Carsten? Ja, seh ich Jugga, mach den Beyblade, Alter Mach den Beyblade Ah, ja klar Ah, da ist er ja, der Dicke Candy Ich hab sowieso kein Leben, lass... Gott, Alter Als Fernkämpfer bist du irgendwie voller Arsch Wow So, jetzt sollte... Ja, als Fernkämpfer bist du schon wissen, hier In der Heilung haben wir hier zu mir, heilte mich noch da Ich hab mal hier die Güfe benutzt, nicht, dass er hier gleich als gefunden macht So, sag... Ihr pack den schon halt ein Ja... Voll auf, wo komm, Alter Boah, Alter Ist das Roshan, oder wat? Ne, das ist ein Zwillingsbruder Das ist ein Zwillingsbruder Das hast du dich von ihm treffen lassen Uhhh, der Friedrich ist tot Ah, nein Oh, Scheiße Verdammte Hacke Krass Komm mal her, hier Nein, thanks Oh, Unsicherkeit Ich will nicht einkaufen, Erneult So, Sorge fertig Feuer Na komm, Alter Oh, shit, ey Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Komm hier schnell vorbei Carsten, du musst da wegrennen Als Fernkämpfer ist das Spiel irgendwie, ne? Ich hab den gerade mit Weihnachtsglöckchen wiederbelebt Ist so geil Ist so geil Nicht so geil Alter, Leute, was ist hier los? Boah, Alter Aero, fliege Oh, oh Wir kriegen ein Problem Wir kriegen auf die Fresse Nein, ich doch Waaah, hör nachher hin Wie soll man denn die 13... Wie soll man denn die 13... Wie soll man denn die 13... 13 Runden überleben, wenn man ein Fernkämpfer ist? Nein, nein, der kommt zu mir Oh Gott Nein 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 Okay, sie haben Turm zerstört Oh oh Und sie gehen auf den König los Nein Diese schlafen Und irgendwann ist rausgeflogen Dein Ancient ist unter attack Hallo? Hallo Ja Ja, ihr müsst schon mir antworten Sonst nicht, dass ich rausfliege oder so Ne, ist noch alles cool Äh, ich bin gleich schon wieder tot Ich bin auch tot Meine Leichenlichter Ich wette dich Okay, das... Die erste Runde ist fail Aber wir müssen sagen Wir haben den Moos noch nicht gespielt Und wir haben nur, ähm Ja Felix, der uns das erklärt hat Ja, noch nicht mal Wir wollten es ja blind machen Wir wollten es ja blind machen Oh... Also halb... Halb... Ich hab dich gefettet Hau ab Ich bin... Ich bin der... Sanitator Ja Ja, da kannst du mich auch mal holen, ne? Mit dem Weihnachtslöckchen Ich hab jetzt leckeres Los, hol den... Wait, wieder Wo ist er denn? Hier... Ach klar Der tote Juggerln-Haut Warte, warte Oh... Oh... Okay, komm mit seinem Glöckchen vorbei Naja, ich lass den Glöckchen schwingen Bin dabei Warte Warte Geht er schneller Danke Jetzt gibt's auf die Presse Alter, das ist echt krass Wie soll man denn... Wie soll man... Wir sind erstens noch zu viert Oh, komm, Alter Oh, mein Gott Wie soll man denn dreigsten Runden hier überleben? Sag mir das mal einer Keine Ahnung Also ich finde, das ist kein Modus für Fernkämpfer Ich hol mir eben den Felix Oh, es geht Also bei diesen Typen, die explodieren es ist schon ganz gut, wenn man Fernkämpfer hat Aber nicht bei den Viechern, Alter Alter, ich kann Felix nicht holen, weil der Fette da im Wege ist Wow, und complete, yes Ja, mit Glück, ey, aber mit mega viel Glück Alter, ich bin gespannt, was jetzt kommt Schaden, dass unsere Tower nicht mehr stehen Ja, bisschen schlecht jetzt Bisschen Scheiße, genau Bisschen Scheiße Bisschen Scheiße Ich hab jetzt was lecker Oh, jetzt halt hier erst noch Oh, er heilt sich Der King Sehr gut Es ist auch gut so Kann man ihn heilen? Was? Oh, er heilt er sich selber, der King da Ja, lass mich raten, jetzt kommt hier Hogwarts Sie super schnell, ey Ja, und auch schnell die Daunen Ja, das auch Äh, sind die Türme wieder da? Anscheinend Ach, das sind so kleine Mini-Slugs Ich glaub, die Türme gehen Ey, die sind ein bisschen aus Oxmar Style Kennt ihr, ähm, Oxmar Style? Ja Ja, da gibt's auch diese komischen Ratten da mit den Bomben aufm Rücken Das war mein Gott Leute, Leute, hier Alter, die ziehen mir übelst viel Ein Altar, Leute Hab euch mal geheilt? Ja, nur leider hab ich nichts davon abgekriegt Ja, das war ein anderer Tokai-Gang eigentlich Bestorben Oh, Tokai, Vorsicht! Oh, no! Unser Sonny ist tot Oh, oh, der King ist für was für normal Oh, shit Ja, oh, schade Verkackt Leider nur... Welche Runde? Runde 4 leider nur, äh Da kommt Restart Wollen wir noch ein Restart machen? Ja, ne? Ja, komm Zwei Games sind eine Aufnahme Ich glaub nicht Könnte sein, aber wir... Machen wir jetzt einfach Restart, los! Ja, ausnahmsweise War noch erst 13 Minuten Nein! Okay Ich hab auf Restart gedrückt, glaub ich Ja Aber jetzt sind wir hier Gut Ähm, okay, dann würd ich sagen... Dann beende ich die Aufnahme, oder? Boah, dann beende ich die Aufnahme Ich glaub, ich nehm gleich noch ne Runde auf, weil... War eigentlich witzig, fand ich Ja Das war auch sehr geil Und wie ich hier sehe, gibt es hier verschiedene Modis, glaub ich Ja, anscheinend Probieren wir gleich mal was aus Ähm, wir sehen uns ne... Ne, das ist, das ist nur die Erklärung Achso Das sind quasi die Regeln, die du durchblättern kannst Ah, ne, das ist die Geschichte, die du durchblättern kannst, oder? Ja, die Regeln hat... Ah, das sind die Regeln Ah, das sind die Regeln Na ja, ich verabschiede mich hier Ja Wir sehen uns in der nächsten Weihnachtsrunde von Dota Ja Ich bedanke mich an Tokai und so, dass sie dabei waren Und gleich wieder dabei sind Und Carsten Und Rage Dragon Und Felix, der nicht mehr dabei ist, weil... Sein Internet irgendwie ne Hamsterleitung ist, oder so Er hat eine 16k-Leitung und damit ne bessere als ich Ja, ich hab auch ne 16k, das hat ja nie damit was zu tun Das kann ja auch ein Problem von Vodafone sein, oder von... Vodafone Ja, aber ist jetzt egal, jetzt halt die Klappe, ich will mich klappschieben, Mann Ich verabschiede mich hier, tschüss Ciao Ich auch, tschau Bye